Oh nein. Hallo, Jordan. Oh nein, oh nein. Perry. Perry? Das hast du nicht gehört. Das habe ich nicht gehört. Ich bin nicht hier und ich habe auch keinen Knutschweck von ihrer Ex am Hals. Sieh ihr niemals in die Augen, Flachzange. Sie klaut deine Seele. Also, wie geht's euch so in der Hölle? Gut. Und du? Führst du immer noch ein aufregendes Privatleben? Seit ich dich los bin, ist es eine einzige wilde Party. Nenn mir in den nächsten fünf Sekunden einen beliebigen Ort außerhalb deiner Wohnung und der Klinik, wo du dich seitdem aufgehalten hast. Fünf, vier, drei, zwei... In meinem Auto. Auf der Fahrt zu der wilden Party. Oh, war das peinlich. Ich muss hier weg. Diese Art von Wut wird gern an dem nächstbesten Sündenbock ausgelassen. Dr. Cox, ich weiß, dass Sie beurlaubt sind, aber Sie sind ja der einzige Arzt, der meine Mutter traut. Nicht jetzt. Ich will nichts hören. Das ist alles bloß deine Schuld. Hey, Turk, kann ich dich... Nein, kannst du nicht. Deshalb heißt es auch deine Probleme. Verzeihung. Happy Halloween. Vielleicht hörst du jetzt auf, Leute zu beschnüffeln, die ihre Ruhe haben wollen.